Oh, meine Psyche ist voll im Arsch. Nehmen wir mal ein Regain. Alter, du spinnst doch. Okay. Ich muss die Granaten bereit machen. Äh, die Betäubungsgranaten natürlich. Äh, lelelelelelelel. Hier. It's perfect. Friss das! Hat's das gebracht? Vielleicht nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich sie suchen, oder was? Da hinten ist sie. Friss das! Oh, yeah. Äh, lieber hier, das hier daneben. Alter! Die wehrt alle Schüsse ab. Das ist unglaublich. Fragt mich, ob ich sie schlacken kann. Das war jetzt knapp. Alter Schwede. Okay, nee. Die macht mich trotzdem nicht hier zu nahe kommen. Definitiv nicht. Machen. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel. Jetzt verstecke ich mich. So, jetzt findest du mich. Oh ja, sie findet mich. Komm doch. Herzlichst eingeladen. Über die Mine zu laufen. Oh, shit. Komm doch. Komm doch. Hat's das gebracht? Minin. Oh, mein Gott. Das ist jetzt nie was. Oh, shit. Ah, du Plex. Ah. Shit. Und jetzt darf ich noch über die eigene Bühne. Warte auf. Shit. Wo ist sie? Da kriecht sie. Ja, ja. Jetzt gehst du wieder schlafen. Die hat man wieder gerne. Ich weiß, wo liegt sie rum. Oh, shit. Die hat jemanden umgebracht. Okay. Ich weiß, wo liegt sie jetzt rum. Wo ist sie? Ah, da oben. Ja, ja. Scheiße. Jetzt ist hier aufpassen. Okay. Verstecken spielen. Ja, die hat man immer gerne. Okay. Da vorne ist sie. Nicht. Da, ja. Nee, warte. Okay, das ist es nicht. Scheiße, Musik irritiert mich. Ich höre was. Wo ist die? Warte mal. Ist wirklich was ist die? Ah, ah, ah. Ah. Scheiße. Unglaublich. Sie verkleidet sich als Maschine. Ich hatte doch recht. Ei, ei, ei. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Oh, oh. Ja, aber ich habe sie gut erwischt. Das ist gut. Natürlich werde ich wieder mal versuchen. Alle. Oh, 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 oh. Spreng, der. Sprengdinger. Nee, nee, nee. Ich will nicht gesprengt werden. Nein, danke. Okay, wo bist du jetzt? Okay, das ist sie nicht. Ja. Machst du einen auf Jesus? Hallo da oben. Headshot. Okay, noch ein Versuch. Wir haben noch... Oh, oh. Oh, oh. Na, na, komm. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht durch die Fenster rein. Auf das habe ich... Keine Lust. Ach, haltet euch die Fresse. Das erste Mal bin ich voll Gas drauf reingefallen. Wo? Wo? Ah, 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 ah. Nein, danke. Ich lehne dankend ab. Ne, da hinten. Ah ne, das sind diese Dinger. Na, schöne Explosion. Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Hier was. Er hat sich ganz mies zwischen den anderen versteckt. Scheiße. Schöner Treffer. Was? Verreckt doch. Ja, logisch. Shit! Oh oh. Ja, vergiss den. Ja, genau. Alter, oh. Die macht mich down. Meine Fresse. Was, das bringt nichts. Du hast doch keine Ahnung. Oh shit. Wechseln. Äh. Ja, ja. Ich hab sie bald. Ich hab sie. Ja, dann verkriech ich dich doch. Komm, mach nochmal. Ja, komm. Ich warte auf dich. Oh shit. Du kannst mich. Nicht mit mir. Alter, wo ist sie? Wo ist sie? Ja. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja. Juhu. Juhu. Ah, geil. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Was ist das? 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 Es ist so lustig. Es ist alles so lustig. Nein. Es ist nicht lustig. Nichts ist lustig. Ich sollte nicht schlafen. Ich kann es nicht. Die Wahrheit ist, ich bin nicht schlafen. Ich bin nicht schlafen. Ich sollte nicht schlafen. Ich bin Angst. Ich bin echt schlafen. 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 Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Nein. Nein, berühr mich nicht. Böses Mädchen. Schlaf ein. Ich will nicht. Lass mich. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, frisst das. Ja, ich habe sie bald. Komm. Komm nochmal. Komm. Ja. Alter, die Spanke durchdrehen. Ich hätte es natürlich schneller machen können. Ich hätte sie erschießen können. Und dann wäre es ganz schnell vorbei gewesen. Ich hätte sie erschaffen, oder? Ich habe alles medo für die Spanke durchworden. Ich habe es Hel mogelijk. Komm schon, du hast dich うlaufen. Ich туда habe diese Spanke. Ichăte dich, wie könnte. Ich wäre ja im Kulturen. Alter! Interessant! Oh ja! Und jetzt kommt eine kleine Geschichte von Drebin. Ich habe meine sehr besten Kunden über FACE-CAMO. FACE-CAMO? Das Kamo-Skull-Cap du hast du aus den Tentacle-Shell. Es nutzt das gleiche technologie wie dein Octocamo-Suit. Die beiden zusammen kann dir noch mehr Ergebnis geben. Ich würde es auf dich behalten. Das passt nicht. Das ist nicht meine Größe oder Größe. Ja, sieht aus wie es ein bisschen zu verwenden bevor du es kannst. Nicht meine Läne von Arbeit, aber... Nichts, du hast einen Freund, der spezialisiert in diesen typen Ding? Huh. Niemand hat ihre Arbeit gemacht. Hey, hier ist mein Job. Ist das die reale Grund, warum du mich mit diesen Nanomachinen injektiert hast? Um mich zu spieren? Ich mag das Wort, die Kunden-Date-Management selbst. Drebin. Relax. Es ist ständig confidential. Ich werde es nicht mit jemandem. Dann hast du ein Virus mit den Nanomachinen verwendet? Virus? Ein Virus? Ein Virus war detectiert in meinem Körper. Sie sagen, es war nicht in den Nanomachinen, die du injektiert hast? Look. Sie wissen, dass es andere Leute gibt, die das zu tun haben. Und was habe ich bekommen? Was habe ich von Ihnen von Ihnen infectiert? Es ist besser für mich, dass du da in der Bühne auf der Bühne für dich bist. Ich habe dich gesehen, Snake. Du bist ein echtes Arbeit. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Mann mit dem Mann schreien, der sich mit dem Octopus schreien. Hm. Sie hat einfach immer schreien. Jetzt, warum das das ist? Ah, etwas in ihrer Vergangenheit. Du hast es. Sie ist aus einer Stadt in Skandinavien. Ein bisschen Seaside-Hamlet, known für alle die Leute als der Devils'Village. Der Ort war nicht für die Devils, aber es war für Octopus. Sie sehen, das war eines der wenigen Pläne in Europa, wo sie customärisch lieben die Octopus essen. Anyway, es gibt diese Kulte von Verlusten, die, für eine Art und Weise, lieben die Stadt. Mit einer Hoffnung. Dann, wenn sie nur ein Teenager hat, Dinge sind schlecht. Diese Knutgäste bekommen ihre Hande auf ein paar Weapons, und attacken die Stadt. In der Nacht, ihre kleine Fischung-Fischung-Town, wird eine War-Zone. Sie schreien alle die Stadt und sie schreien, mit ihnen eins zu eins. Except für die Frau. Sie hatten etwas anderes, für sie. etwas viel schlimmer, als zu sterben. Sie nennen sie der Devils'Village, sie schreien sie zu tun, wie man von Lucifer erwartet. Nachdem sie sie schreien, ihre Familie und Freunde zu schreien, sie schreien sie. Die ganze Zeit, sie schreien sie zu schreien, sie schreien, wie ein Kindesdämon, wie sie es lieben. Was sie was tun? Sie sagen sie nicht? Sie zählen sie auch. Sie lassen sie die Angst, und sie schreien sie zu kontrollieren, und sie schreien sie genau wie sie sie ihnen. Sie schreien die Körper derjenigen, die sie lieben, und sie schreien während sie es tun. Und als sie sie schreien in der Blut, sie schreien, sie schreien von tiefen Röden zu jet Black. Sie hat sie, sie sahen wie die Inke eines Octoppen. Die Erfahrung schreien sie tief. Sie schreien sie, sie schreien sie zu schreien. Nur, das ist nicht wirklich schreien. Warum sagst du mir das? Du erwartest mich, dass ich sie sorry für sie fühle? Nein. Ich weiß, dass du kein Raum für diese Dinge in deinem Welt. Und außerhalb, das ist Krieg. Oder? In a way, glaube ich, es war die richtige Sache, zu tun. Was war das? Sie schreien, dass du ihre Meinung verletzt hast. Okay, genug Chit-Chat. Es gibt andere Wäste, in diesen Wäldern. Seid ihr zurück. Gesichtskamo. Eine Camo-Tarnkappe, die dieselbe Technologie wie die Octocamo benutzt. Kombiniert mit Octocamo, erhöht sie den Camouflage-Effekt beträchtlich. Laughing Beauty. Oh, ich habe sogar ihr Gesicht auf dem Gesichtskamo. Okay. Ja, das war jetzt eine relativ... Ich habe natürlich zwischendurch ein bisschen unterbrochen. Und weil es natürlich auch schon etwas später ist. Ich komme einfach nicht dazu, noch mehr aufzunehmen, weil ich ja auch in der Vorbereitung bin, vom Livestream. Und ich habe sonst auch viel zu tun. Also komme ich gar nicht dazu, mal so eine richtig lange Session Metal Gear zu zocken. Obwohl ich richtig Bock dazu hätte. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns sicher in der nächsten Folge von Let's Play Metal Gear Solid 4. Bis dann. Tschüss.